Herzlich Willkommen auf diesem Kanal 155 zu einem weiteren Mod-Review. Und zwar stelle ich euch heute die Snow Lenses T100 von Capism vor. Und ja, eine Schneelanze, ja, die zweite, es hat mal eine kurz für eine Stunde sowas gegeben. Ähm, ja, was man schon sieht, keine Kollision, leider. Und ja, wir betrachten uns die mal. So, ähm, sehr schöner Düsenkopfschraube. Finde ich eigentlich sehr schön hier. Sehr schöner Düsenkopf. Ja. Äh, hier auch von Weitem aus sieht die super aus. Einfach perfekt. Ähm, Schläuche, Kabel, alles perfekt gelungen. Hier drin noch. Ähm, also werfen wir die mal an? Äh, ja, alles klar? Ja. Ja, moin. Äh, bist du äh, klaro? Ist ja cool. Ja, Mensch, hey. Ist das geil. Alter. Was ist das? Ach, Gott. Meine Güte, hey. Puh. Äh, schwenken kann man sie in alle Richtungen. Ähm, ähm, äh, stoppen. Bewegen kann man sie auch hier drin. Starten auch. Ähm, wir schauen uns das Ganze mal hier mit einem Pistenpulli an. Ob man den, ob man hier denn auch den aufhängen kann. Also hier transportieren kann. Äh, ja, okay, hängt ein bisschen tief. Muss man dann halt über sein Fahrerhaus legen. Ja, abkuppeln. Und hat die, hat... Ähm, ne, die hat auf den Fehler mit dem. Ja, es, äh, ist gleich überall. Aber die können wir wenigstens wieder gerade städeln. Ähm, schaut eigentlich auch nicht so gut aus. Ähm. Kommt wenigstens da raus. Ähm, ja. Son ist eigentlich... Perfektes Modell. Aber er hat halt wieder die ganzen Fälle. Und dass er das halt nicht richtig schwenkt. Und, ja. Deswegen würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Und ciao, Leute. Bye.